Freunde der Literatur, ich habe mich vor einigen Wochen bei TikTok angemeldet, bin jetzt also Mitglied bei Booktalk, bei dieser buchbezogenen TikTok-Sparte. Und darum soll es jetzt in diesem Video gar nicht so gehen, sondern es geht um einen Booktalker, auf den ich aufmerksam wurde und dessen Videos ich anschaue, weil der Literaturgeschmack zu meinem passt. Aber die Art und Weise der Darstellung missfällt mir. Es ist eine sehr apodiktische, völlig erklärungsfreie Nennung von bestimmten Inhalten und daran störe ich mich doch. Und über einen Kern oder über eine Aussage möchte ich heute mit euch mal reden. Vielleicht kurz zur Erklärung, zur Kontextualisierung, warum mich das stört. Als Deutschlehrer kann ich euch sagen, es gibt bei uns im Deutschen drei Anforderungsbereiche in der Schule für schriftliche Arbeiten. Die Schüler müssen Anforderungsbereich A Dinge nennen. Einfach nur nennen in Stichpunkten oder in kurzen Sätzen Informationen, die man direkt und einfach aus dem Text entnehmen kann. Anforderungsbereich 2 ist Schildere bzw. Erkläre. Ergibt sich ja von selber, da muss man also etwas erklären, erläutern. Punkte, die in einem Text angelegt sind, vielleicht mit eigenen Worten kombinatorisch zusammenfügen und in einen Erklärungsgesamtzusammenhang bringen. 2. Dann haben wir drittens den Anforderungsbereich Das entspricht also dem Erklären und zusätzlich dann auch noch die eigene Situation, die eigene Meinung eben integrieren. Und ich würde mal sagen, die meisten von uns, die hier auf YouTube über Literatur sprechen, bemühen sich darum, alle drei Anforderungsbereiche zu vereinen. Und vermutlich wissen wir, dieser Dritte ist etwas schwieriger zu erreichen, weil er erstens mehr Zeit braucht, weil er benötigt eine gewisse Vorarbeit mit dem Text und weil man sich ja auch in persönlicher Hinsicht öffnet, weil man seine eigenen Erfahrungen und seine Meinungen eben auch einfließen lässt. So, in meinen Augen ist eine Literaturbesprechung aber eigentlich angewiesen auf jeden Fall auf die Punkte 2 und 3. Erklären beziehungsweise auch sich positionieren. Mein Eindruck ist, dass auf Booktalk aber eigentlich nur Anforderungsbereich 1, Mittelfinger ist nicht intendiert, befindet. Also das heißt, dort wird einfach fröhlich benannt. Man nennt Dinge. Man sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist toll, das ist lustig, das ist mega. Ja, ohne dass darin aber noch eine Erklärung angeheftet wird. Ja, jetzt muss man das einfach akzeptieren, wenn man sich dort bei Booktalk, bei TikTok eben auffällt, dann ist es das, was man schlucken muss. Sonst muss man sich halt abmelden. Jetzt ist dieser Booktalker, ein übrigens gesetzter Herr, auch auf YouTube erschienen. Und mich stört daran, dass wir offenbar hier jetzt gerade etwas erkennen, was ich vielleicht eine Obrigkeitshörigkeit nennen würde, beziehungsweise ein Faible für Autoritäten. Denn dieser Mann kommt eben mit den äußerlichen Insignien eines Belesenen daher. Ich will da nicht genauer drauf eingehen. Und deswegen haben sehr viele Leute auf YouTube den Eindruck, das, was er sagt, ist ja großartig. Denn obwohl es überhaupt keine Erklärungen oder Stellungnahmen gibt, keine Kontextualisierungen, ist es außerordentlich beliebt. Und wir befinden uns jetzt gerade noch auf der Talsohle dieses Kanals. Der wird in den nächsten Wochen und Monaten garantiert nach oben schießen. Ja, der wird vielleicht zehntausende Abonnenten gewinnen, da bin ich ziemlich sicher, weil diese Art der verknappten Darstellung, der simplifizierenden Betonung des angeblich Guten und Schlechten ohne jede Erklärung für viele reizvoll ist. So, warum stört mich das? In einem Video sagt er, es gebe einen gravierenden Unterschied zwischen Literatur und Unterhaltung. Literatur sei niemals Unterhaltung. Unterhaltung sei niemals Literatur. Jetzt fragt man sich ja erstmal, was meint er. Er meinte einen Clown. Ist ein Clown also keine Literatur? Oder ein Film? Eine Sketch-Folge? Da will ich ja mitgehen. Das ist keine Literatur. Einen Clown im Zelt zu sehen, ist keine Literatur. Aber offenbar meint er wirklich Bücher. Er gibt als Beispiel in einem anderen Video dann Murakami. Da sagt er, da wisse er nicht genau, ob das jetzt Literatur oder Unterhaltung sei. Aber es ist dichotomisch. Etwas, was das eine ist, kann das andere nicht sein. Und mit dieser Art der Darstellung, die nur apodiktisch, ohne Erklärungen oder Positionierung geäußert wird, habe ich doch meine Probleme. Warum? Dieses Weltbild basiert auf einer Vorstellung, die von bestimmten hierarchisierenden Elementen ausgeht. Innerhalb der Bevölkerung. Es gibt eine Oberschicht, eine gebildete Oberschicht, die eben an der Universität war. Und dann gibt es eine Arbeiterschicht, die offenbar keine Bildung hat. Dieses Modell ist tatsächlich aber jetzt seit einigen Jahrzehnten glücklicherweise ja nicht mehr so anwendbar. Und ich möchte euch auch noch andere Beispiele dafür geben. Man kann diese Unterhaltungsliteratur übrigens auch übertragen. Es gibt da unterschiedliche Begriffe für diese Distinktionsversuche. Mal heißt die Trivialliteratur. Mal heißt sie Schemaliteratur. Konformliteratur. Das sind alles Begrifflichkeiten, die einen Unterschied, einen elementaren Unterschied aufbauen sollen zu der hohen Literatur. Um das an der Stelle auch noch zu sagen, damit ich es nicht vergesse. Ich werde mich absolut darauf freuen und ich werde mich darauf stürzen, wenn dieser mit Sicherheit kenntnisreiche Antiquar eines Tages angemessen komplex über die Bücher redet, die er gut findet. Da freue ich mich drauf. Aber solange das nicht geschieht, halte ich es in gewisser Hinsicht für ironisch. So apodiktisch zu sein und dann einfach gar nichts dazu zu sagen. Also so völlig blank auf der rhetorischen, analytischen Seite zu stehen, während man, naja, die Verurteilung der Welt einfach mit einer großen Anmaßung betreibt. Sorry. Das ist für mich wirklich ironisch. Erst dann, wenn man sich mit einem konkreten Text beschäftigt hat, kann man in meinen Augen sagen, dass die Kriterien, die man verlangt, in diesem Buch nicht oder ungenügend behandelt werden. Sprachliche, kompositorische, thematische, referenzielle, alles das. Aber das muss man bitte erstmal beobachten und analysieren im einzelnen Fall. Denn wenn man das nicht tut, wenn man einfach sagt, 99 Prozent der Literatur spare ich auch, spare ich mir komplett aus, das interessiert mich nicht, dann ist man in dem Moment nicht intelligent und analysierend, sondern man ist einfach ignorant. Und das ist nun mal in meinen Augen etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Ich gebe euch Beispiele dafür. Häufig wird so getan, als sei die hohe Literatur dadurch gekennzeichnet, dass sie sprachlich und kompositorisch innovativ sei. Ganz, ganz wichtig, liest man immer wieder. Erstens, was bedeutet das? Kannst du sagen, was bei diesen hunderttausenden, Millionen Neuerscheinungen pro Jahr weltweit, na, vielleicht sind es ja auch ein paar weniger, aber kannst du da jedes einzelne Exemplar für dich heranziehen und sagen, ich habe alles gelesen, ich weiß, was darin vorkommt? Wahrscheinlich nicht. Wie kannst du dir also anmaßen, zu behaupten, das sei innovativ? Kennst du denn irgendeine Literatur, zum Beispiel aus Kambodscha oder aus Venezuela? Könntest du dort ähnliche kompositorische Elemente vielleicht finden? Oder auch in Deutschland gibt es ja ganz viele Romane, die in kleineren Verlagshäusern veröffentlicht werden. Nein, kannst du nicht. Und in dem Fall handelt es sich dabei einfach um eine einmal gesetzte Vorverurteilung von Literatur, die du gar nicht kennen kannst. Ich gebe euch ein Beispiel. Literatur kann innovativ und gleichzeitig ganz grausam sein. Frederik Backmann, Kleine Stadt der großen Träume, ist eines der schlechtesten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ohne Zweifel in meinen Augen Schundliteratur. Das kann ich aber erst sagen, nachdem ich es gelesen habe. Es gibt hier aber innovative Sprachmittel, zum Beispiel eine Litotes in Kombination mit einer Hyperbe. Hyperbe. Klingt doch allein schon genial, oder? Ich gebe euch ein Beispiel. Litotes, man verneint das Gegenteil dessen, was man sagen will. Hyperbe. Die absolute Hochform. Die übertriebene Form. In der Halle war die Stimmung nicht großartig. Es war die lauteste Stimmung, die man jemals wahrgenommen hatte. Der Döner schmeckte nicht lecker. Es war der köstlichste Döner, den man kaufen konnte. Das ist also eine innovative Sprache. Das habe ich so glücklicherweise davor noch nicht gelesen. Gerade in dieser Häufung ist das selten anzutreffen. Aber das alleine macht das Buch noch nicht gut. Also eine Sprache kann innovativ sein, ohne dass das Ergebnis gut ist. Also die innovative Kraft, die erneuernde Kraft, sagt erstmal nichts über die Qualität aus. Und ich denke nicht, dass er der Erste war, Backmann, der das so benutzt hat. Aber ich habe es sonst noch nie gelesen. Dann zeige ich euch aber auch mal ein paar Romane, die ganz klar zur Literatur, zur Hochliteratur zählen, die ich persönlich großartig finde, um es so auszudrücken, präziser auszudrücken und weniger apodiktisch, die aber gleichzeitig total unterhaltsam sind. Und der bekannteste ist natürlich Tolstoi. Der Schwierigkeitsgrad bei einem Buch von Tolstoi liegt bei einem Punkt von zehn, wenn überhaupt. Das kann man ohne jede Schwierigkeit lesen. Das ist wunderbare Literatur. Und natürlich ist es unterhaltsam, diese Bälle zu erlesen, wie sich Menschen verlieben, wie sie miteinander in Gespräche kommen. Natürlich besteht das zum Teil aus der Sucht, aus der Lust des Menschen, ein Teil von einer hohen Geschichte zu sein und von einer hohen Gesellschaftsschicht zu sein. Und dort eben wie ein kleines Mäuschen die ganzen Gespräche mit zu belauschen. Das ist durchaus eine voyeuristische, große, unterhaltsame Lust, die wir dabei haben, diesen schwerreichen Menschen zu begegnen. Und damit ist es natürlich auch eine Form der opulenten Ballliteratur. Menschen tanzen, Menschen treffen sich. Natürlich gibt es ganz viele andere Elemente, spannende Jagden. Auch dort, das ist abenteuerreich, actiongeladen, freilich. Tolstoi wollte unterhalten. Das sieht man doch daran allein, dass die Kapitel so kurz sind. Dass man es schnell lesen kann. Dass es sich dem Lebensalltag auch anpasst. Das ist doch alles überhaupt kein Zeichen von schlechter Literatur, dass ein Autor sozusagen auch eine gewisse Einfachheit in seinen Texten eingeschrieben hat, was das Lesen angeht, aber auch was die Geschichte angeht. Auch bei Jane Austen übrigens, wenn man jetzt darüber spricht, dass hohe Literatur immer nonkonformistisch ist. Ja, Emma hat durchaus feministische Ansätze, freilich. Es geht um eine intelligente Frau, die sich mit den Männern auch messen lassen kann in der Beschreibung und in der Analyse der Gesellschaft, in der sie lebt. Aber gleichzeitig ist das oberste Ziel der Frauen und auch von Emma, einen guten Ehemann zu finden. Ja, gut zu heiraten. Selbstverständlich ist das gesellschaftskonform. Ja, von vorne bis hinten. Die sprachlichen Mittel sind innovativ, durchaus an mancher Stelle, gerade in Bezug auf das Veröffentlichungsjahr. Aber sollte da nicht auch vielleicht die gesellschaftliche Durchdringung eine ganz neuartige sein, ist es hier auf gar keinen Fall. Oder gerade lese ich von Ernst Jünger in Stahlgewittern. Ob das jetzt Unterhaltung ist, sei mal dahingestellt. Aber auch das unterstützt die militärischen Ziele der Politik der Zeit. Also hier gibt es keinerlei kritische Kommentierung dessen, was dort passiert. Dass Menschen zu Tausenden, zu Millionen hingeschlachtet werden. Sinnlos, bedeutungslos. Für wenige Meter Veränderung an der Frontlinie sterben hunderttausende junge Männer auf bestialische Weise. Und Ernst Jünger findet das gut, er findet das in Ordnung. Da gibt es keine Kritik an den militärischen Kommandeuren. Friedrich Glauser-Matter regiert, ist ein Kriminalroman. Das ist sogar ein Kriminalroman, in dem vor allem die kleinen, die armen Leute, die einfachen Leute sozusagen beobachtet werden, beleuchtet werden. Also der Studer, der Hauptmeister Studer, der unser Kommissar hier ist, der interessiert sich gerade für die einfachen, verhunackelten Leute. Aber das ist jetzt auch nicht eigentlich die Hochliteratur, die sozusagen einen Bogen macht um jene, die nicht gebildet sind. Das hier ist definitiv eine Literatur, die man verschlingt, die sprachlich wunderbar ist, aber die kompositorisch oder vielleicht auch vom Menschenbild her jetzt nicht das erfüllt, was man von der Höhenkamm-Literatur erwartet. Da geht es nicht um philosophische Exkurse. Auch wenn die ein Teil dessen sind, denn einer liest hier auch Nietzsche. Aber wie das miteinander verbunden wird, mit actiongeladenen Spannungselementen eines Kriminalplotts, das ist wunderbar, unterhaltsam und wunderbar. Gabriele Reuter aus guter Familie. Hervorragend und wird ja jetzt auch neu verlegt. Sprachlich innovativ? Nö, das haben andere zu der Zeit auch schon so gemacht. Es geht um eine junge Frau. Ihre Perspektive wird geschildert. Es wird ja auch etwas über die Familie gesagt, über die gesellschaftlichen Zustände, aber immer in Bezug auf die Familiensituation und besonders auf die Berechtigung von jungen Frauen, Tätigkeiten zu ergreifen, zu lesen, Männer nach eigenem Gusto zu heiraten und so weiter und so fort. Kompositorisch und sprachlich ist das nichts Neues für die Zeit. Ende des 19. Jahrhunderts. Das hat zum Beispiel Fontane auch schon gemacht. Aber dennoch ist es natürlich höchst innovativ, weil sich plötzlich die Betrachtung wandelt. Es geht nicht mehr um die Perspektive eines Mannes, sondern es geht hier um die Perspektive einer Frau, die natürlich nochmal andere Elemente stark machen kann, die einen anderen Blick für Details hat. Auch deswegen kann Literatur hohe Literatur sein, obwohl sie sprachlich oder kompositorisch durchaus nicht innovativ zu sein hat. Oder Solaris von Stanislaw Flem. Ist es nicht unterhaltsam, dass sich hier dieses Plasma-Meer immer wieder einzelne Menschen oder Flugzeuge schnappt? Ist es nicht eigentlich fast schon Kolportage-Literatur? Ist es nicht eigentlich eine fast schon schlecht gemachte, nur auf Effekte zielende Literatur für die Minute, bei der nichts nachbrennt? Nein, natürlich nicht. Weil dieses Buch gekonnt eben verschiedene Elemente miteinander mixt. Und deswegen auch hier diese apodiktischen Setzungen, diese absolut dichotomisch getrennten Ebenen, Hochliteratur, Unterhaltungstrivial-Literatur, die lassen sich einfach so nicht halten. Und was ich jetzt mit diesen zahlreichen Literaturbeispielen ausdrücken möchte, ist die Tatsache, dass man diesen Schematismus in Bezug auf die Qualität von Literatur nicht anwenden kann. Und der ist veraltet, dieser Schematismus, dieses, naja, eben dichotomische Vorstellungsbild guter und schlechter Literatur oder hoher und niedriger Literatur. Das ist in meinen Augen eher ein Zeichen von Ignoranz, von absichtlicher Vermeidung, bestimmte Literatur in Erfahrung bringen zu müssen. Und weil man weiß, dass es zu viel davon gibt, verurteilt man einfach ganz, ganz vieles, bleibt bei dem, was man kennt und erhöht das. Na, und dann versucht man mit bestimmten, auch unhaltbaren Kategorien, Qualität von minderer Qualität zu sondern. Aber in dem, was ich jetzt gerade sage, bin ich schon wieder 15 Schritte weiter, als das, was im Video ursprünglich zur Sprache kam. Denn wie gesagt, Anforderungsbereich A, weiter geht es ja nicht, nur nennen. Also dieses ganze Erklären fehlt einfach. Und ich würde euch immer bitten, ich weiß nicht, wenn wir wirklich eine dauerhafte Literaturbesprechung ermöglichen wollen, dann bitte weist mal Leute darauf hin, erklär doch mal was. Schilder doch mal, was du meinst. Erläuter doch mal deinen Punkt. Oder positionier dich sogar. Gib mal eigene Erfahrungswerte. Denn das, was dort geschieht, ist in meinen Augen eher ein sicheres Zeichen dafür, dass mit den Emotionen, der zu sehr gespielt wird, wir alle schätzen es natürlich, wenn einfache Antworten präsentiert werden, sicherlich gibt es dort viel kulturpessimistisches Volk, das dann, naja, völlig erpicht darauf ist, diese Antworten zu hören, wie die Gegenwartsliteratur sei kompositorisch-sprachlich nicht in der Lage, irgendwas Neues zu erwirken, was natürlich in dieser grandiosen Allgemeinheit fast schon ein peinlicher Satz ist. Aber das stört ja viele zu sehr auch nicht, denn wir alle wollen uns eigentlich in unseren einmal gesetzten Vorurteilen auch wiederfinden. Und ich halte das für einen ganz gefährlichen Zug. Abschließend will ich noch betonen, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch seine eigene Meinung über die Literaturlandschaft als Ganzes und über einzelne Werke haben darf und haben soll. Das nehme ich natürlich für mich auch in Anspruch und möchte daher kurz betonen, dass ich es doch gefährlich finde, was manchmal auf anderen Plattformen, gerade auf TikTok, BookTok passiert. Ja, und was so rüberschwappt. Denn wenn ein Mensch so apodiktisch und ohne jede Erklärung über Literatur urteilt, dann hat es natürlich bei Zusehern den Effekt zu denken, dass das eine probate Möglichkeit ist, dieser Komplexität von Büchern gerecht zu werden. Und immer dann, wenn auch noch der Autoritätsfehlschluss hinzukommt, weil die äußeren Insignien eben nahezulegen scheinen, dass dort ein sehr belesener und sehr kenntnisreicher Mensch spricht, dann kommt die zusätzliche Gefahr hinzu, dass wir es nicht mehr kritisch überprüfen, was gesagt wird. Das waren meine 5 Cent zu dem Thema oder weil wir beim Russian BookTok sind und 5 sind einfach zu viel. Sagen wir, es sind meine 3 Cent zum Thema. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.